Hallo ihr Lieben, ich bin es wieder, euer Herr Schuhu. Heute habe ich für euch ein winterliches Quiz dabei. Es geht um Schnee. Und am Ende, da wartet auch noch eine kleine Bastelidee auf euch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Herr Schuhu. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020